Was muss die Scheißstrecke B5 eigentlich? So schwer sein. 3522 müssen wir hinkriegen. Warum klingt das denn nicht? Was habe ich falsch gemacht? Da wach ich ja untermisch schon. Das heißt, irgendwas mache ich falsch. Ja. Siehste? Was mache ich falsch? Ich kann doch nichts falsch gemacht haben. Weißer Scheiße hier. Ach man, ich könnte mir den Kopf stoßen. So scheiße ist die Strecke. Toll, toll. Sag mal, was ist los? Sag mal, was kriegt der den Sprung in der Mitte so gut hin? Agh, sag mal. Soli, sag mal. Oh my God. So wild. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, ich drecke es doch kacke Mann, was ist der so schnell bitte? Junge, das kriegt kein Mensch hin Was der da veranstaltet Sag mal, was soll das denn? Ich drecke es doch kacke Mann, Deo, wieso habt ihr so eine Schose designt hier? Boah, wer schafft das bitte denn? Gott tut dann hier Gott tut dann hier Gott tut dann hier Mann, Mann Ah, nein. Wie soll das gehen? Hat jemand ne Ahnung wie das funktionieren soll hier? Also 35 Sekunden sind schon ein bisschen wenig Das ist nicht wahr Genau an der Stelle überholen Oh Mann Wie soll das denn funktionieren? Kann mir das mal jemand sagen? Wie kriegt man hier auf dieser Funkstrecke Gold? Oh nein Sag mal das ist doch unmöglich Hallo wie soll die Stelle bitte funktionieren? Ach komm Das muss doch zu schaffen sein Aber nicht so 0 Sekunden Vorsprung Wann ich hasse die Strecke Ich könnte kotzen Oh Mann das ist doch nicht möglich junge du musst doch bremsen auf dieser scheiße ja warum der kriegt das so hin ohne bremsen zu müssen ja und ich muss sich ständig bremsen ist das normal ist strecke von ja ja ich könnte kotzen wie soll ich den die ganze zeit vor dem bleiben sag es mir doch mal wie soll es gehen ich brauche den goldminder dann jedoch wenn ich das schwarze ding da machen will ach nee man kann einfach nicht vor dem bleiben der ist einfach viel zu stark kriegt ihr die kunden so doch mal außerdem ist es unfair dass viel schneller als ich ist doch so der ist viel schneller als ich das war ein bisschen ab du scheiß wichser das problem ist er bremst ja nicht ne du machst das alles aus der hand jetzt wurde ich aber gebremst warum auch immer es ist nicht möglich die kacke schafft man doch gar nicht wenn man abkürzen könnte perfekt aber nein scheiß direkt von nadir macht das nicht was ist das denn man kann das gar nicht schaffen sag mal was ist das ich bin klack mich gleich bei nadir das ist eine strecke denn goldmedaille unmöglich ist ja schön abgebremst du blöder grügel danke ja was soll das denn es ist doch möglich ist es möglich den goldmedaille zu holen oder was soll das nur ihr seht der ist schneller als ich das kann doch gar nicht sein die strecke ist so hardcore siehst du mich doch an der stelle auch morgen das ist einfach nicht und einfach nicht fair einfach nicht fair dann soll das wie soll man die goldmedaille von der strecke holen was muss man dafür tun und ich krieg den ausrastach ja die scheiß strecke an mir liegt es nicht ist liegt an die scheiß strecke hier ich glaube ich bin Ja, crap, bis zum nächsten Mal und ciao.